Oh mein Gott. Er kommt durch die Bahn. Er geht durch die Bahn. Gib den Kollegen Bescheid, ich mach das hier. Ja, los, geh schon. Du und ich, Klaus. Das ist richtig. Ich und du Kall. Lass mich die Spülchen, ich mir die Waffe. Jeder hat gleiches Recht. Zum größten und kleinsten. Ist das Schiller? Ja. Ist gut. Wirklich gut. Kai ist weg. Er hat Feuer gelegt. Und ist hart. Wenn das Monster frei rumläuft. Weißt du hier, was hier passiert? Er steht unterdrückt. Er hat keine Zeit, seine Opfer in Ruhe auszuprobieren. Was will er? Aufmerksamkeit. Diesmal nach dem Scherzig, Klaus. Und wie? Der Tag auf Sonntag 2015 im Ersten. Ja, absolut. Ja, war super, Leute. Super. Gerne die Meinungen unten unter dem Video. Gerne. Danke. Ja, Freunde. Meiner Meinung nach Top Abschluss der Triologie. Super, mega. Absolut top. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Das war top, top Tatort. Danke.